Vor einigen Jahren öffnete Clive Barker das Tor zu einer neuen Horrorvision. Nein! Die furchtbarsten Mächte der Schöpfung ergriffen Besitz von der Erde. Diese Vision heißt Hellraiser. Und jetzt geht die Reise ins Grauen weiter. Eine Reise ins Reich des Bösen. Nein! Zeit für ein Spiel. Nein! Nein! Die Hölle tut sich auf in Hellbound Hellraiser 2. Deine Seele werden wir zerschmettern. Eine Reise in die Hölle. Hellbound.